Ich habe jetzt eine Stärke von 267. Jetzt sind wir ja bald bei knapp 300. Boah, jetzt hast du mich aber... Nee, hast mich fast eingeholt. Ich habe 268. Lager... Lagerbier! Warte, du musst mir was zu essen zu bestellen. Ich habe eine Stärke. Alter... Hashtag Spende. Bleibst du beim Brot das Wochenende? Da wo ich hatte, war doch genial für dich oder was? Alter, ich hatte meinen Wohnort zu leaken. Wenn du es nicht aufrechen würdest, wird es keiner mitkriechen. Ossingfeld Mall. Hier kommen nur Morgenköpfe vor. Ja, ich weiß, das darfst du heute nicht mehr so zuhaar. Froschdorf. Ich habe nicht der letzte, dass ich da aufrechte. Oh, Froschdorf-Fahrt, Alter. Froschdorf-Fahrt, Alter. Froschdorf-Fahrt. Weck da, weck da, weck da, weck da, weck da. Ich sollte sagen, Froschdorf-Fahrt. Wir kommen jetzt zu Froggis Heimatstadt. Wir müssen ihn wahrscheinlich befreien, weißt du? Froggis Lager ausgesetzt worden. Du musst Feuer! Junge! Wie ich einfach mal sehe, dass meine, dass meine Feinde einfach explodieren, sobald sie sterben. Was jetzt? War das cool, was ich stürm? Ey, du Schwarz-Mistvieh! Lass ihn in Ruhe! Junge! Ne, der ist auch gestürmt. Alter, Gollum, Schnauze! Oh, Gollum wird auch mit Rückenschmerzen, Alter. Mein Schatz! Oh, der hustet sich auch schon, Alter! Hat er auch Corona? Junge, Gollum ist nicht auf. Den Stärketrank, den behalte ich mir bis zur Post. Gollum, Mundschutz, Junge! Mundschutz! Nein, nein, was ist Mundschutz? Verschwörungstheorie! Nein, mein Schatz! Alter, ihr habt irgendwas verstanden. Burgis! Bermburg! Was? Ernsthaft? Nein, er hat sich da an, Jo. Was? Die sind immer so aufgestanden! Junge, Christian, deine Zauber werden schwächer! Oh, Gott! Nein, ich konnte nur nicht aufladen! Oh, lass sie kommen, lass sie kommen! Oh, Junge! Alter! Schon noch Call of Mutti! Du Affe, Alter! Ich bin Scharfschütze, Junge! Ey, Chris, hab'n schon weggehauen! Ja, ich hab'n verbrannt. Ich hab'n keine Bombe, Alter! Oh! Oh, Fackelträger! Junge! Oh, da ist in meinem Team der Fackelträger! Jetzt versteh' ich das erst mal, du Arschloch! Junge! Das hat aber lange gedauert, Alter! Das hat aber lange gedauert, Alter! Ja! Hat'n bisschen gedauert! Junge! Alter, ihr fühlt jetzt 20 Minuten später! Jetzt versteh' ich das erst mal, du Arschloch, Alter! Junge! Das hat sich gleich alle zwei geschnappt, der Affe! Wie denn? Alter, da war das der... Da war das der Bot! Die Sau! Das ist aber doch Munition, Alter! Oh, danke! Den hätt' ich jetzt nicht mitbekommen! Bist du schon? Ich muss echt aufhören, weil ich überhitzt bin! Das heißt, ich hab' meine eigene Schuld! Das heißt, ich hab' meine eigene Schuld! Butchert dem! Butchert dem! Butchert Räußers! Big Speed! Junge! Ich hab' schon mal eine Bud Spencer-Shelley gekriegt! Da stehst du nicht verdammt! Psch! 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 Jetzt hat mir einer die Bombe weggenommen! Psch! 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 Ich werfe extra die Bombe ins Nichts, weißt du, weil da wo ein paar Leute stehen, und er klaut zu mir einfach. Oh, was ist das? Eine Niete! Eine D-Poller! Aufnehmen! Kann ich gleich wieder in der Hand nehmen! Da hiegt nicht hoch! Junge! Jawoll, den Trank, Junge, der ist meiner! Haut ab! Oh, ich sterbe gleich wohl auch! Oh, Junge! Muss mir denn nur den Arsch retten! In anderen Spielen ist das ständig bei dir so! Das ist wohl wahr! Mal bei Elche Vampires! Ich habe heute noch keine Vision gehabt! Hier war auch ne Reinungstrupp! Die Vision! Ach so! Die tschechen Firma da! Die aus Polen! Die tschechen aus Polen! Oh, ja! Zuhause, Gully! Euer was? Was? Zuhause, Gully! Zuhause, Gully! Hier ist der Urteil! Ah ja, wer kennt's nicht! Nicht jeder... Renne doch nicht! Was? Nicht jeder tut den Gully seinen eigenen... Renne doch nicht mal weiter vor! Ach so! Nach Splinter und so! Zuhause, Gully! Ja, das passt! Ja, das passt! Oh, holy, Alter! Warum mache ich das? Renne mir doch nicht vor! Ist doch gut! Ich suche mich doch nur ab, Junge! Ich suche mich doch nur nach Zecken ab! Wenn eine Zecke sich nach Zecken absucht! Foliant! Alter, der erste Witter! Ja! Moment! Ich sterbe! Was? Och, Junge! Jetzt habe ich den Folianten wieder weggeschmissen! Nein, nicht wegschmeißen! Hol dir den Müller! Was? Den Müller? Du... Hol dir den Müller, den Ste... Ach so, ich hab den Müller! Hast du den vor die Hände? Hol den vor die Hände und hör auf zu quatschen! Ab den Witter, Mann! Ich hab verstanden, hol dir den Müller, Alter! Ich hab mich gefragt, ey, was für Müller, Alter! Ich wollte eigentlich noch nicht die Wittenmühle des Müllers und Berdbeut weg rumpen! Das ist ja nicht mehr voll! Ja, hab ich schon weggeräumt! Die Hipskette mehr! Jooooooooh! Nääääääää! Haaa! Haaa! Voll ins Ohre! Ich stube, das Eitert schlecht draus! Oh, guck mal! Hast du den vor die Handen, Waller? Ja, guck mal hier ist ein krank Ja, nicht mehr Hier ist eine Bombe Hier ist schon mal so komisch, das ist ein Pool Ist ja auch nicht mehr voll Könnte auch ein Ritual sein Also religiöse Ansichten Hier in dieser Umgebung Sicher? Das müssen wir mal anfackeln Kommt her Oh Alter Ist das von rechts, ist das fast explodiert und dann kommt der Honeybee Boy Von links Boom Ich dachte doch, ins Blitze war es das letzte Mal Hey, guck mal Gollum da hinten, siehst du das? Von Weitem Da putzt sich da irgendwo Da putzt sich da irgendwo dahinten Siehst du das? So geradeaus Alter Alter Vor allem, wie siehst du irgendwas durch die Flammenwand Der Plot Baum Jetzt kommt der Plot Twist Ich wusste es Ich wusste es Ich wusste es Ja Wir sind eigentlich kacke Alter 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 Die haben ordentlich mexikalische Feier Du Dieser Baum Juck Du Das sind alles Amerikaner, weißt du Die rumhorte Grenze wollen Hahahaha Einmal bitte ganz andersrum Junge Oh, die holen wir uns Warte, warte, warte Runter und setze Jawoll Jawoll Sprühe von hinten Ich schlach sie nochmal ab Mach ich immer Hahahaha Sprühe von hinten Aber nur wenn es bisschen flüssig ist Dann kannst du das machen Jawoll, Kopfschuss Nein Warte Nichts mehr aufnehmen Ja Nice Rotblatt Kriegslager Wir sind ein bisschen angekommen Eskortiere den Rampok Wie kann man den Rampok eskortieren? Ich habe ihn nicht gesehen Oh du dickes Monster Oh scheiße Oh God Sanemiboy Ja ja, komm ja schon Oh Was habe ich in der Luft geworfen? Das war ich Aber, äh Denke mehr, dass du bessere Skills hast Ja Danke Nein, aber ich dachte ich habe irgendwas Ich dachte ich habe irgendwas kaputt hier Oh Holy Alter Oh Junge Alter Wird das Familientreffen plötzlich auftaucht Ja Mann One turn Junge Oh Junge Ist ja eine Bombe Ist ja eine Bombe, Alter Ihr piept doch irgendwas Aber das gab es doch noch nicht in der Zeit, Alter Eine Bombe Eine Bombe aus der Ja Alter Stürmen wir jetzt irgendwas? Ich glaube wir stürmen, es ist ein Skittertor, oder? Das kann ich mir halt vorstellen Ich glaube da drin Ich glaube da drin Könnte, da drin könnte ein Pod sein Alter, das ist super geil gemacht, Junge Oh, was für ein Tor Guck dir das mal an Ey, ich glaube wir sind Wir sind Einen Schritt näher Von Mordor, Junge So, Zwerg Au Ich wusste doch, dass ihr irgendwo herkommt Wir sind vor dem schwarzen Tor Vorm Mordor, oder? So sieht es nämlich aus Der Zwerg hat kein Bock mehr Der Zwerg hat kein Bock mehr Der Zwerg hat kein Bock mehr Junge Du kriegst ja erst nach Deine Belohnung By my side Oh Gott Bin wieder da, kurz Warum nur kurz? Boah, das sind einfach zu viele Alter, wie er rumspricht mit seinem Feuer, Alter Wie so Bunzenbrenner Um Unkrein zu vernichten, Alter Willst du wieder den Wegesrand säubern? Ja, Chris Oh Gott, what does die? Im Wegesrand Aber du musstest das Lager des Feindes verschönern WALTER Den hab ich sein Schild zurück, Junge Der Degen ist echt gut, ey, der ist übel schnell We soll weg Rein da Attacke Wir klopfen mal an, hörst du Animeboy Achso Okay, ich verstehe nicht, warum Dann trotzdem kurz So, wir klopfen mal jetzt an Ihr Affen Anime-Kurs hier Hammer and Rock Jawoll Oh, noch einmal Ich bin jetzt auch dran Ja Oh, Schluss Wie er kommt, Alter Es fühlt sich gut an mit so einem riesen Ding Kenn ich nicht Oh, jawoll Anime-Kurs da Oh, fuck, fuck, weg da, weg da Oh nein, ich kann nicht mehr aufnehmen Das ist doch scheiße Ich brauch doch einen Trank Warte So, jetzt war voll die Hand So, oh scheiße Macht euch fort Alter Steht uns im Weg, Junge Ah, okay Alter, hier ist doch kein Gegner für uns Hey, wo ist euer Boss Ich hoffe mal, dass du noch lange brauchst das geht noch will ich kann nur ich wollte den scheiß trank nehmen warum bist du ich habe die bombe noch was vertragen ich war das nicht weiter wollte werfen hinter dir ich kann halt noch geht dran auf der voliante ist auf der linken taste wie die tränke wir kämpfen uns durch wo ist hier der oberwuft hier künste verteilung der dünnkeren künste weiter euer oberwuft ihr wollt ihr durch wir haben keine audienz aber wir machen uns eh nur da an mir voll weg klopfen mal kurz an weg da wart kasse die kasse kenne ich auch nicht die neue kasse nicht kasse erreiche die spitze das ist ein schönes zu jessen semilein Oh, der ist ja schon da. Position erfüllen. Oh nein, eine Arena. Gut, warte, ich lege mal den Folianten erstmal weg. Ich trinke erstmal. So, jetzt Folianten hat er aufgenommen. Könnt ihr euch aufteilen. Gut, sehr gut. Geht da voll rein, Junge. Mit was Krübel der Prüfungen. Hallo, was ist das? Ich habe Angst. Noch ein Heiltrank, sehr gut. So, jetzt geht's los, Alter. Äh, hallo? Äh, wir sind Anime-Core. Zivil, wir wollten ein Interview führen. Oh, ich glaube, der will ein Interview erstellen. Auch der mit uns spricht, das Anime-Core. Der kann froh, dass der Name noch loben kann. Oh, Junge. Fick dich. Oh, Junge. Was hat er für eine Macht? Alter, wir wollen dir nur simple Fragen stellen. Bleibe jetzt so stehen. Ja. Au. Das ist eine simple Frage. Brennst du gerne? Alter, was ist denn mit ihm los? Ich habe Angst vor dem richtigen Boss. Oh. Der hat mir seinen scheiß Stab vor der Fresse die Haut. Oh, was ist denn hier los? Ich gucke gleich in den Chat. Stab reline. Au. Nur Fernkämpfe bringen am besten was. Aua. Ich komme nicht ran, Alter. Hab mir Axt vom Kopf gekriegt. Alter, du Lapp. Oh. Ich komme nicht ran. Scheiß. Ich komme nicht ran. Der Bauch ist zu dick. Junge. Da hilft nicht mal mein Ding, Alter. Oh. Oh, ich bin weggeschleudert worden, Junge. Du meinst dein Deutsch. Neh, mein Ding. Ich habe kein Deutsch. Deutsch ist doch kurzer. Neh. Oh, fick dich, Alter. Oh, Gott. Oh. Alter, du wirst mich nicht los. Korb ist wie scheiße. Der klebt an deinem Fuß. Oh. Junge, das gibt es doch wohl nicht. Oh, Alter. Deine hässlichen Sklaven bringen dir nichts. Kämpfe mit fernen Mitteln, du Affe. Oh, Junge. Stelligkeitstrank. Oh. Ich werde immer zurückgeschleudert, Alter. Fick dich. Oh. Oh, Junge, geh weg. Oh. Oh. Ich habe jetzt eine Kölne vor den Sack gekriegt. Das war nicht geil. Ich habe keine Muni mehr. Scheiße, gibt es ja Munition oder sowas? Es gibt es doch immer in der Endboss-Kampf. Ich suche gerade. Ich suche gerade nach irgendwas zum Aufladen. Oh. Wir haben ihn gleich. Ja. Er ist gefallen. Du, falle um, Alter. Ist es gesoffen oder was? Oh, was ist denn jetzt? Oh, Alter. Oh, weg hier. Au. Scheiße. Die fanden das nicht so geil. Oh, Junge, wohin? Ich glaube, hier. Oh, jetzt bin ich gestorben. Nein. Du wirst hier mit Pultschung. Komm, Ange, hier lang. Hier lang. Hinter dir. Oder müssen wir da, wo die herkommt? Du, das sieht der Beste aus. Hier raus. Ach, Zeu, da ist die spät Antwort. Oh, jedes Mal muss ich hier beim Arsch muggeln, ey. Oh Gott, das sind Boote. Das sind Drachenboote. Hier kommt noch welche. Oh, fuck, Alter. Habt euch runter, ihr Pops. Vor allem das Würstchen. Ja, ja. Heute ist ja wie es Glückstag. Überall Stäbe und Würstchen. Oh Gott. Ich glaube, das trägt nicht so noch gut Entwicklung eines Teenagers bei. Ja. Wir kämpfen uns durch. Alter, was ist hier? Junge, ich habe das Partei. Weil wir kämpfen uns durch, Alter. Wir fackeln einfach alles ab. Kommt. Oh, Junge. Wir werden uns nicht verfolgen. Ich mache den Schild kaputt. Jetzt kommen wir aber. Jetzt kommt, kommt, kommt. Vor Verstärkung kommt. Scheiße. Weg hier. Da kommt, geh noch mehr. Los, ab zu beameln. Scotty, beam es hoch. Ja, Mann. Sieg. Reikland-Kauferei. Jetzt haben nur die Tropfen, die fehlen da noch. Oh, die Stäbe. Die Stäbe sind am besten, sagt Sammy. Jetzt bin ich Level 16. Oh, halbes Level für Level 17. Ich bin Level 17. Alter, komm noch immer. Ja, komm. Alter. Da braucht noch ein bisschen. Ich habe drei Beutewürfel. Oh, es war nicht, mir wird abgesahnt, Alter. 3169 zugefügter Schaden. Oh, es war nicht. Hey, verbeings. Das war nicht. Das war nicht.